So, ähm, ich hasse diesen Stern, ich hasse ihn so sehr. So, dann. So, Schatz, jetzt hast du erstmal ordentlich Strom. Yay, sagst du schön. Bitte, bitte. Ja, jetzt kommt der Strom an. Ähm. Rüstung hab ich ja keinen an, äh, ich hab volle Herzen, das passt. Das ist voll geil mit dieser Mod, also du kannst halt jedes Material wiederverwenden. Aber dir ist klar, dass du diese Zinnkanister auch brauchst? Ja, aber nicht so viele. Okay. Und wenn ich... Sag mal, hä? Blueprint Protection von... Protektor von Mindchimp, für was brauchst du das? Frag mich nicht. Das ist so ne Quest, den muss ich irgendwann auch noch machen. Na, dann... Ja, der ist dafür, dass du, äh, 5x5, 13x5... Machen kannst. Okay. Zumindest steht's, es gibt's dafür Blueprints. Äh, guck mal wie viel Eisen wir haben. Äh... Das hier. Das FE. Das da. Ich muss bedenken, 16 sind ein... Äh, das heißt, ein Eisen. Äh, Tyrox, mal ganz ehrlich. Warum... ...tust du die nicht safen? Dann pass mal auf. Guck mal, wenn alle raus sind. Du kannst nur Tin jetzt dort reinlegen, nichts anderes. Achso, äh, wie saft man hier? Äh, Shift-Rechts-Klick. Wir haben schon mal zwei Blöcke. Ich glaube, sogar bei der Quest, die du grad abgeben willst, kriegt man sogar drei Eisenblöcke wieder. Ja. Und wie viel FE braucht man für ein Eisen? 16. Ich hab jetzt, äh, 19... äh, 11 Stacks und 44. Wie viel kriegt man daraus? Ich hab die grad zufällig gefunden. 11 Stacks und 44. Ja, von diesem FE. Ich hab die ganz zufällig gefunden in so einem Barrel. 11 Stacks? Äh, ja. Eik, gib das wieder her. Bitte. Geh weg. Es sind 44 Eisen. Reicht. Nein. Eik. Ihr kriegt sie schon wieder. Ihr kriegt sie schon wieder? Irgendwann? Nein. Achso, apropos Eik. Ja. Jetzt musst du warten. Du hast mir grad ein ganzes Herz abgezogen. Achso. Außerdem könnte ich die jetzt sowieso nicht im Inventar behalten, weil, ja, die fliegen dann in der Weltgeschichte umher. Äh, habt ihr was zu snacken? Da. Das bringt ja mal gar nix. Habt ihr überhaupt irgendwas zu essen hier? Nicht wirklich. Ja, ich sehe es. Ne, das stimmt nicht. Es waren 46. Wie? 46 Eisen waren es. Achso, äh, ja. Ich hab auch nur von 11 Stacks ausgegangen. Ich wollt mich doch verarschen, ihr habt ja nichts zu essen bei euch. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Warum? Das weiß ich nicht. So, ein halbes noch und jetzt kannst du kommen. Achso. Äh, zwei, vier, fünfeinhalb Herzen. Oh, das ist okay. Guck mal, bei dir brennt's. Ich bin heiß. Äh, schöne Rüstung. Äh, Game Rule, Duel, Fire, Tick, False. Na, hat halt ne Haltbarkeit von 700. Verzauberst du's einfach. Mit was für'n Leder? Aus Spawn-Eiern. Ja. Wow. Hi. Da oben brennt's bei dir. Geh mal gucken. Ahja. Geh. Geh. La, 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 la. Geh. Ah, Affel, Affel. Hm. Schatz, wir müssen hier definitiv mal plündern gehen. Hi. So, so viel von dem Gelumpe. Also ihr könnt gerne was von dem Ich hätte gerne Eine Runde Titanium So 2 Millionen Wenn ihr mir 27 Triple Compressed Geh mal hier hinten rein Cobblestone bringt dann Wo hast du das ganze Eisen hingemacht? Ja, doch wahrscheinlich Im Evental Ja, grad schon Alles klar Ich geh mal rein, ich hör's doch Ich hab sogar noch Titanium Hier, 10 Stück Oh wow Oh, cool Silber Na, wo ist Gold? Ja, Gold könnt ihr gerne nehmen, glaub ich Oder? Woher bekommt man das? Eisen? Wo bist du hin? Eisen? Ach, Schatzi Eisen? Das sieht auch irgendwo aus Ach ja Ey Frau meiner Nase Gibt mir gleich Scheiß Luftschleuse zu Wie sieht's bei dir hier unten aus? Fertig Dann will ich jetzt was machen Ich will jetzt In ganzer Weise fertig Ich bin jetzt Will auch jetzt mal cool sein Und da so Ein bisschen was Durch Machen Tun Wie war das mit Du verstehst das nicht? Ich hab einfach mal Lust Und will das jetzt machen Okay Ähm, was ist denn mit diesen komischen Nuklear-Ding Nuklear-Kraft? Hm, da gab's doch irgendwie Hast du schon Lazerid? Lazerid? Ne, ähm Schatzi Weiß ich nicht Gut, hast du schon Sulfat Und Nephilim Du musst einfach gucken Ob's oben schon drin ist Oh ja Hast du schon Phosphorus? Ich schau einfach Ob's oben schon drin ist Geht ja nicht Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Geht ja nicht Kaolinite Das sind Namen Wenn du was Neu Oder Leg einfach alles Dann einfach mal da Warte Ich bin ja noch dabei Auch das was du grad drauf schaust Malik Azit Okay Ähm Ich pack dir das oben in die Kiste Und du sortierst das selber ein Solange das automatische Sortiersystem Noch nicht funktioniert Aber ich muss da noch mal ganz kurz Was durch Rushen lassen Das da Dass ich dieses Endprodukt Lazeride noch mal rauskriege Das hab ich nämlich klein gemacht Ähm Also eine Endprodukte Kannst du hier auch mit einsortieren Schatz Weiß ob ich von Sinnvoller Äh Wenn ich die Ja aber so musst du nicht immer Ähm Alles zusammen craften Das ist mir eigentlich Ja Müllkiste Guck mal rein Äh Äh Gut oder schlecht Ja ich Kann damit nichts anfangen Also kann ich nicht sagen Ob es gut oder schlecht ist Boah Ich schläge mich so ins Zeug Und dann kriege ich Ernsthaft Sowas an den Kopf geworfen Alles klar Nur die Wahrheit Manchmal ist die Wahrheit Auch fehl am Platz Und Und das verletzt Einen sehr Ernsthaft? Nö Ja siehste Aber manchmal ist die Wirklich Fehler am Platz Die Wahrheit Uranium Wie macht man Uranium? Aus Uran Ja wow Und Uran machst du aus Das kann ich jetzt hier nicht sagen Warum kannst du das nicht sagen? Weil das nicht jugendfrei ist Warum ist Uranium nicht jugendfrei? Weil ich das sage Hast du schon Wasser Schatz? Ja hab ich's Scheiße Das weiß ich Was ich das hab Yo Uranium bekommst du auf Jupiter Läuft Tier 6 GG Jupiter Tier Fragezeichen sogar Ne Saturn ist das Darf ich? Du kannst da gerne ran Klar Ich such grad dein Wasser Dings Ich hab da ausversehrend zu viel hergestellt Äh so Was brauch ich denn für die Upgrades von dem Achso ich wollte noch Stirling Generator herstellen An wohl Doch einer wäre noch gut Wenn ich noch einen herstelle Dat wäre noch gut Doch bitte Power für das Sieve Ähm so Was ist ein Advanced Generator für ein Mod? Ähm keine Ahnung ein Großer? Ich glaub der ist größer als Big Generator Also ja doch Big Generator oder wie das heißt Das sieht scheiße aus wenn ich das da mitnehme Wenn ich das jetzt so mache Wird das nicht streng gesaugt Wenn ich das so mache Müsste das eigentlich angesaugt werden? Ne Weil das Ding full ist Läuft Ich brauch ne Kiste Weil Schatz hier ist noch einer drin So 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 Ah, jetzt haben wir ja gleich... Ja. Dann brauchen wir den hier erst einmal nicht. Ähm, hier, scheiß auf der Hälfte könnte ich spawnen. Wo ist meine Kiste schon wieder in... Ganz ehrlich, dieser Stern, dieser Stern, dieser vermeidet, ey, du Stern. So, das hier bleibt jetzt auch erstmal ordentlich Saft und alles. Ähm, extrahieren, das da oben steht auf extrahieren, in und out, insert. Jo. Dann... Ach, nee. Ähm, da war das auch nicht. Wie groß kann man die Bubble echt einstellen? Äh, ich glaube sehr groß, keine Ahnung. Ex-Astras, okay. Da bin ich überfragt. Ex-Astras hier. Speed Upgrade brauche ich Redstone Alloy. Ich brauche den Alloy Smelter. Definitiv. Okay. Alloy Smelter, dafür brauche ich Dash. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Dash brauche? Nee. Okay, ich brauche Dash. Wirklich? 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 Tyrox? Hast du? Ja, ich brauche es wirklich. Du brauchst es gerade wirklich. Hast du Dash schon hergestellt oder wie? Ich? Ja. Nö. Du kommst ja auf Mars. Ich wollte schon sagen, aber weil du so reagiert hast, als ob du das schon hergestellt hast. Nö. Ich wollte dich eigentlich gerade nur nerven. Arsch. Ja, was ist denn? Ach ja, nüscht, muss doch sein. Nix was ist über... Ach, was weiß ich, Alter, ich möchte irgendeine Change machen. Äh, nicht ne Challenge, sondern... Mh? Mh? Mh, mit ich. Äh, halt, die ist so komisch. Ja? Ja, ja, ich verstehe kein Wort. Ja. Ja, nein. Wo ist das? Ich bin ja auch ohne. Ich habe da aber alle in den Viermarken hierzu geholen. Und ich habe hier die Wienergeれた. Ich habe hier verraten. Ich habe hier auch noch nie ein paar Mal ein paar Mal einpassen. Also, ich habe hier. Ist das einfach noch nicht gemacht. Ich habe bei mir das einfach schon mal ein paar Mal ein paar Mal einpassen, und ich habe das einfach nicht gemacht. Es macht nichts, wie ich habe ja auch von mir in die Zeit. Schatz, 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 ich brauch die Maschine, Maschine, Maschine. Nimm. Ich bin so wie groß so gerade was an, mach schon. Yay. Jetzt lass mich doch mal ins Questbuch gucken. Ähm, Carbonotubes, Gold oder Rewardback, was hättest du gern? Schatz. Wie bitte? 10 Carbonanotubes, 10 Goldingots oder 5 Rewardbacks? Äh, ist mir eigentlich relativ egal. 5 Rewardbacks. Und ich habe einmal THC bekommen. Und ich habe immer noch 44 Retinol. Schatz, hast du gehört? Ja, aber ich kann damit nichts anfangen. Äh, nee, aber das Retinol brauchst du für eine Quest. Achso. Deswegen die Karotten. Aus den Karotten machst du Retinol. Äh, gut. Äh, das THC hat ja mal gute Potion-Effekte. Läuft. Okay, was ist hier drin? Hä, 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 hä. Schon wieder so ein Spawn-Ei. Und 10 Can-of-Food läuft. Hätt ich doch übers Gold genommen. Äh, ja. Nee, hier oben in der inleeren Dingskiste hab ich das Zeug reingemacht. Äh, THC, das ist nicht dein Ernst. Was hat er angestellt? Komm mal raus. Bitte, wenn es geht mit leerem Inventar. Okay. Ja, 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 Bis zum nächsten Mal.